Und damit recht herzlich willkommen zurück. Leute, wir haben in der letzten Folge haben wir einen solchen Herz geklärt, ein weiteres. Und haben jetzt hier eine, ja, einen Bereich, wo wir nicht unbedingt damit rechnen müssen, dass wir infiziert werden. Natürlich werden hier natürlich auch solchen Herzen umherrennen, aber, äh, solchen Herzen, äh, solchen Zombies. Ähm, aber ich würde jetzt gerne, die, genau, die, die Stadt ist genau in der Hälfte. Auf der einen Seite, es ist frei von diesem solchen Territorium. Auf der anderen Seite, ähm, haben wir hier noch eins, dieser Tierklinik. Und ich würde gerne, ich würde tatsächlich gerne, ähm, eine reine Folge machen wollen. Ich würde jetzt gerne auf diese Quest, die wir hier haben. Würde ich, würde ich gerade ehrlich gesagt drauf scheißen, ey. Naja. Da würde ich aber gerne noch jemanden dazu holen. Was zum Teufel ist das? Okay, wir haben ein neues Kleidungsstück. Oder Moment mal, dich. Obwohl, du müsst, du müsstest auch hoch, du musst ja auch hochgeskillt werden. So, gehen wir es an. Gehen wir es Stück für Stück, gehen wir das jetzt hier durch. Fangen wir mal da oben an. Entweder ist das da ein Deiner oder eine Tankstelle einzeln beiden. Ob ich hier persönlich so in Erinnerung habe. Hier ist auf jeden Fall ein Fress-Shoppy. Wir mischen die Karrien auf der einen Seite. Ich glaube, das ist eine Tankstelle. Da ist auch noch eine weitere Karre, sehe ich gerade. Können wir bei Gelegenheit auch mal hin. Lass die abholen. All this weight is gonna slow me down. Was war das? Hier. Oh, I like this. Sehr schön. Benzin. Ja, all clear. Verbannt. Hier noch ein paar Lebensmittel finden würden. Wäre auch nicht schlecht. Andere Seite. So, die Tankstelle ist leer gelootet. Ah ja, mal richtig viel. Wir hier abgegriffen haben. Ironie off. Well, there's nothing here but dust and cobwebs. Und hier steht ja schon eine Karre. Na guck, wir tanken die Karre hier rein. Die werden wir uns definitiv noch holen. Dann ist die schon mal halbwegs vollgetankt. Grasen wir jetzt das Feld hier ab, quasi. Ja, wenn du den schon siehst, dann kill ihn doch mal, verdammt nochmal. Alter, ey. Sieht diesen Scheiß-Zombie oder macht nichts dagegen, ey. Könnte ich ja im Strahl kotzen. Nein, nein, nein. Hier war du jetzt. Ah, diese scheiß Notizen, ey. Nee, lass mal gut sein. Aber hier, Baumaterialien, die will ich gerne. Und das hätten wir auch. Gehen wir hier mal in dieses Haus? Alter Junge, was treibst du da draußen? Hä? Egal. Muss ich jetzt nicht verstehen. Gut, damit können wir handeln. Sehr schön. Hm, aber ich weiß. Aber wie gesagt, ich würde hier jetzt gerne... Ich weiß, dass da draußen Infektionsherde sind und das war nicht zu knapp. Kümmern wir uns hier auf jeden Fall oft rum. Aber ich würde für diese Folge nicht gerne sitzen wollen. Ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber muss auch gemacht werden. Ist einfach so. Direkt in unserer Nähe. Ein Screamer und sechs Zombies. Ist auch noch ein Haus. Ich würde jetzt noch ein Officaggio auf vector and aufges polarizationden. Ich würde mich, dass da draußen wir ja, glaube ich bin. Na also... Wie von... ach. Unnötig Aufmerksamkeit erregen hier. Okay. Schmerzmittel. Lockvogel. Alter, ein Flatsch. Moment. Das ist dummer weiter. Moment. Hier haben wir alles gebootet. Hier ist noch eine Schuppe. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ne. Das ist... Macht allerdings nichts. Nehmen wir ihn hier. So. Knack mal bitte dieses Schloss. ja schon mal dabei sind ja das dauert zwar alles ein bisschen das jetzt gemacht aber es gilt dadurch ich habe auch baumaterialien hier war benzin drin du hast kein pack sack nimmst du bitte genau ja das ist egal jetzt Hä? Scheiße. Okay, komm ich gerade. Genau, nicht du für den Scheiß. So, gehen wir hier rein. Der Monster hier. So, und jetzt du wieder. Waffenüberreste. Das hätten wir auch. Wir waren ja in diesem Haus hier drin. Wollen wir da irgendwas übersehen? Nee, scheiße. Nee, das ist ein anderes Haus. Na, dann geht's runter weiter. Okay, mal gucken, ob hier ein paar Spamaten drin sind. Und er steigt schon wieder. Muss ich nicht verstehen. Ist einfach so. Muss ich gerade überhaupt nicht verstehen. Ja, wir wurden verabschiedet. Gut, dass wir in einem Zeitraum viel leben. Und die andere Karre müssen wir uns auf jeden Fall auch noch kümmern. Weil, äh, die anderen Autos, die haben wir ja alle schön geschottet. Ja, wir müssen hier so allmählich, müssen wir, müssen wir hier ankommen. Erstmal Fuß fassen und alles. Das ist schon ganz gut so, dass wir jetzt erstmal hier unsere, unsere Base aufgebaut haben. Passt schon. Wenn wir nachher ein paar mehr Mitstreiter haben, dann sieht die Welt nachher wieder anders aus. Können wir ja immer noch wechseln. Wir bekommen ja auch Baumaterialien noch wieder zurück. So ist es ja nun nicht. Ach komm, ich gehe wieder an. Das machst du jetzt immer, machst du jetzt mal weiter. Ich will hier raus. Oh Gott, das will ihn bloß nicht damit schießen, jetzt ey. Das kommt nicht so gut. Oh. Hä? Hallo? Hallo? Jawohl. Oh, ein bisschen Einfluss, die kriege ich gerade. Passt schon. Ich muss meine Brüche fassen. Steig ein. Fahren wir zurück. Geben das ganze Zeug ab. Gucken wir gleich, was wir noch so abgrasen können. Allerhand auf jeden Fall. Gucken wir gleich, in der unmittelbaren Umgebung. Gucken, was machst du mal? Dann wirst du auf jeden Fall. Dann wirst du auf jeden Fall schon mal. Genau, er ist ja Bürger. Und hier auch das ganze Zeug. Aha. Vor allem, er hat noch keine Knarre. Genau, den Achter hier noch. Weiß gefleckte Tarnung. Würde ich ja einsehen, wenn wir Winter hätten, ne? Apropos Winter. Leute. Wenn der dritte Teil rauskommt, der Trailer dazu, der war ja mal schon ein Hammer, ne? Also, das sah ja förmlich nach Winter aus. Also, das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt hier nicht im Sommer wären, sondern in irgendeiner anderen Jahreszeit. Sowas wie Winter. Ich freue mich total drauf, ey. Ohne Scheiß. Achso, wir wollten ihm ja eine Waffe geben. Na, sogar mit Visier. Kriegst du die hier auch noch? Genau, die mit Ten. Die haben wir noch einen Tartanmarkt. Alter, was machst du da? Krieg Gesellschaft. Das war's ja. Down. No. Was ist das hier mit Lekras? Das ist ein Espresso-Stand Hier muss irgendwo eine Horde umherlaufen Merkmal Jedes kleine bisschen hilft uns hier echt weiter Schluck vom Kaffee nehmen Sehr schön Lebensmittel Perfekt Wenn wir ihn auf Verstohlenheit skillen können, dann können wir das natürlich tun, ey Jetzt haben wir die Kamette finden, wer...er...er...würden...werb echt nice Ey! Hey! Better keep looking Nichts hiervonen, okay, egal Zum Beispiel Looks like we have a few Zs coming in No worries Just under control Zombie-Bedrohung zu Hause Das kann ja nichts dickes sein Was hast du halt hier gefunden? Oh komm, machen wir die Schweine platt, ey Okay Rein hier Oh, hey I think this is what we're looking for Hell yeah Machen wir die Schweine platt Das machst du So Es wird auch wieder hell Unsere erste Zombie-Bedrohung zu Hause Lassen wir uns mal überraschen Oh, eine Runde kämpfen Zwo Eins Feuermeier, ne Feuermeier, ne Feuermeier, ne Es wird nicht einfach sein, aber wir müssen die Plague-Hearts ausklarieren Wenn die da reinrennen Naja Feuermeier, ne Andrea Es steigt Was lästet Ein cuanto Sie Sie Ja, das war's Ach, warte, schrecklich, die soll ich ein Probe haben Hallo Soll ich ein Probe? Also Oh, ok Jetzt haben wir Problematisch sogar eine Quest Wir sind da an der Stelle, waren wir doch Hä? Ja Er ist auch ziemlich im Arsch Wir nimmst du die Kontrolle? Ich schicke ihn mal weg Bis zum nächsten Mal Okay Okay, mal sehen was können wir denn jetzt noch alles machen? Der eine ist außer Geficht gesetzt Schauen wir doch mal Wir könnten Wachtturm Könnten wir hinsetzen Ich glaube das machen wir auch Schön zentral Ich glaube das ist schon überblicken Kann Wir bauen hier ein Wachtturm auf Wir können noch gar nichts machen Wir haben ein bisschen über Außenreparatur Äh, Autoreparatur Betten brauchen wir erstmal vorerst keine Das geht hier nur wenn wir jemanden zum Anführer gemacht haben Okay Ein problematischer Infektionsherd Komm den klären wir jetzt hier noch Dann würde ich den Part auch an der Stelle beenden wollen So Leg mal den Hammer beiseite Kann es aktiv werden jetzt Wir haben auch noch Benzinbomben Perfekt Keine Munition Machen wir deine Knarren mal wieder voll Okay Sicherheitshalber Geben wir dir einen Verband mit Man weiß ja nie Aber da ist doch nichts Was soll denn da sein Da ist der Infektionsherd Das würde ich ja noch einsehen Okay wir können da ja mal Wir können da ja mal hinfahren Aber ich glaube nicht Oder was meint der hier Oder was meint der hier Da hinten Ja, warum Warum nicht der hier Der ist genauso scheiße wie der da Jut Egal Fahren wir da hin Klären wir hier die Sache Und dann nicht sie weg Ehm Jetzt hier querfeld einfahren Ich hoffe das Benzin reicht Ich hoffe das Benzin reicht Boah, ich fahr schon wieder wie eine Wildsau Wenn du das mit Wie gesagt, wenn du das mit Mit dem richtigen Auto machen würdest Die Karre wär schon lang Schon längst Die würde uns in tausend Teile zerbrechen Die würde explodieren Keine Ahnung Und wir dann Matsche Wie hieß dieses abgestürzte Flugzeug Dieser Damals auch in einer solchen Mauer Naja Stellen wir uns hier irgendwo hin Kriegen die Scheiße So Hey, ihr rettet die falsche Richtung man Jetzt haben sie es gescheckt Jetzt haben sie es gescheckt Jetzt mal dieser scheiß Squima Fire in the hole Okay, wie da? Wir machen da jetzt kurz ein Prozess, ein Sprunger ist da noch Das Ballern Wir knipsen den erstmal aus hier Ich weiß nicht, wir kriegen immer mehr Gesellschaft hier Ich weiß nicht, wir sind besser hier für einen Moment, dankz' zu das Das schutzt ihr die fuck up! wieder einer weniger wieder einer weniger zwei zombies hier durchschießen ich hoffe doch ein zombie noch der ist jetzt hinter dem die cupboards bear man das war's Die Quests sind hier auch erledigt. So, wie soll ich mein Herz? Da sind ein paar mehr drinne. Gut, aber... Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Dann würde ich den Part an der Stelle gerne beenden wollen. Denn... Erstmal sind wir, glaube ich, schon wieder über der Zeit. Ich wollte die Marz eigentlich immer so... Ich will es lange machen. Und zum anderen, äh... Ihr könnt es euch bestimmt denken. Ich muss da arbeiten. Morgen auf jeden Fall. Und dann habe ich den Tag frei. Wochenende muss ich auf jeden Fall auch ran. Na? Wird auf jeden Fall wieder ein schön anstrengendes Wochenende. Ich meine, auf Arbeit, da wird nicht viel los sein. Am Ende ist... Das Totentanz bei uns da. Also... Aber... Ich bin noch auf ein Geburtstag eingeladen. Ihr könnt euch ja vorstellen... Ab so einem Geburtstag wird nicht nur... Wird nicht nur Saft getrunken. Also... Von daher... Oh nein! Oh, fuck, man! Komm, wir rennen mit dem großen Bogen. Das ist ein Screamer. Alter, wo rennen wir denn hin? Ich renne schon wieder alles durch... Nein, nein, hier. Boah... Ich hab' echt richtig... Na, scheiße, Alter. Wir ziehen hier alle an. Ist der Bloat da hinten? Da hinten? Rein hier. Boah... Weg hier, ey. Alles klar. Der Ziel hat eh erreicht. Unsere Karre existiert noch. Also von daher... Alles richtig gemacht. Mehr oder weniger, aber gut. Scheiß drauf. Noch mal nachladen. Okay. So. Dann noch... Nein, komm, den Verband kannst du behalten. Und an der Stelle würde ich den Part gerne beenden wollen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich muss sagen, das macht übelst viel Spaß hier. Ich hoffe auch, ihr habt auch weiterhin Spaß, mir bei Zug zu gucken. Und ja... Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschö. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020